Die meisten Produkte gibt es heutzutage in zahlreichen, ja oft hunderten von Ausführungen. Auf welchen angebotspolitischen Überlegungen diese Tatsache beruht, erläutern wir Ihnen nach dem Intro. Beispielhaft schauen wir uns in einem beliebigen Drogeriemarkt die Haarpflegeprodukte an. Da gibt es von Hersteller A das Produktshampoo, eins für normales Haar und daneben eins für trockenes und strapaziertes Haar, auf der anderen Seite eins für feines Haar, ein weiteres für koloriertes Haar und eins für schnell fettendes Haar, eins für besonders langes Haar und dann noch eins, das extra Volumen ins Haar bringt und selbstverständlich noch mindestens eine Variante für Männer, naja sagen wir mal zwei. Pflegeprodukte wie Spülungen gibt es natürlich in sämtlichen entsprechenden Ausführungen, genauso wie Stylingprodukte wie zum Beispiel Haarsprays. Zusammengefasst bilden die Shampoos aus Herstellersicht eine Produktgruppe, genauso die Pflege- und Stylingprodukte. Und diese drei Produktgruppen können wiederum zur Produktlinie Haar zusammengefasst werden. Daneben existieren dann noch weitere Produktlinien, wie beispielsweise Produkte für Körper- oder Mundhygiene. Insgesamt stellen alle Produktlinien zusammen das Produktprogramm des Herstellers A dar. In der Drogerie werden neben dem Produktprogramm des Herstellers A noch weitere Produkte anderer Hersteller angeboten. Produktlinien verschiedener Hersteller werden im Einzelhandel zu Warengruppen zusammengefasst und diese wiederum zum gesamten Sortiment der Drogerie. Eine Produktlinie ist also eine Gruppe von Einzelprodukten, die aufgrund bestimmter Kriterien in enger Beziehung zueinander stehen. Im Handel spricht man hier auch von einer Warengruppe bzw. Category im Englischen. Im Rahmen der Angebotspolitik schauen die Produktmanagerinnen und Manager nun auf die Produkte der Produktlinie Haar und überlegen, welche Veränderungen sinnvoll wären. Sie treffen sogenannte Produktlinienentscheidungen. Das Hinzufügen einer neuen Variante, beispielsweise eines Shampoos extra für blondes Haar, nennt man Auffüllen. Wird ein teureres Produkt auf den Markt gebracht, beispielsweise eine Deluxe-Shampoo-Version mit sehr hochwertigen Inhaltsstoffen, spricht man vom Aufwärtsstrecken bzw. vom Trading Up. Demgegenüber steht das Abwärtsstrecken bzw. Trading Down im Falle der Markteinführung eines preisgünstigen Produktes, sagen wir zum Beispiel einer Basisversion des Shampoos. Wenn diese beiden Entscheidungen gleichzeitig gefällt, so nennt man die Entscheidung zweiseitiges Strecken. Eine Überarbeitung der Produkte, beispielsweise im Sinne einer neuen Produktformel, nennt man Modernisierung. Entwickelt man ein Produkt weiter zu einem sogenannten Flagship-Produkt, das aufgrund seiner Bekannt- und Beliebtheit Ausstrahlungseffekte auf die gesamte Produktlinie hat, spricht man von einer Herausstellung. Und sollte ein Produkt einmal nicht mehr so gut laufen, wird es im Rahmen einer Bereinigung aus dem Produktprogramm genommen. Vor diesen sieben Produktentscheidungen stehen Produktmanagerinnen und Manager tagtäglich und bereiten uns und Ihnen so die Qual der Wahl im Verkaufsregal. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen und auch beruflich alles Gute! Untertitelung des ZDF für funk, 2017